Oh, das ist so warm. Lemon Coat. Das ist sehr gut. Wir sind jetzt bei meiner Oma. Dahinten ist dieser alte Mann. Ein Jahr lang haben wir drauf gewartet. Dahinten ist Shanghai. Und da ist der alte Mann. Ne, ne, ne. Ich dachte schon, sein Kopf ist jetzt mal rum. Ne, da ist er irgendwo. Oh Gott. Ein Jahr drum. Jetzt geht's los. Ne, also nicht so laut. Also Fabian macht erstmal beide. Ja. Ein... Ist das bei dir? Ne, da müssen wir. Ne, okay, jetzt nicht. Oh Gott. Scheiße. So sieht der aus, ha? Ja. Oh Gott. Äh. 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 Der hockt da immer noch und breitet sich. Habt Geduld. Einfach weiter lasern. Und jetzt kommen wieder welche dazu. Wir machen jetzt mal die selbe Runde. Das Ganze fängt an. Das Ganze fängt an. 3, 2, 1... Oh! Oh! Puh! 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 Puh!